Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Lehrfilmreihe zu Versagensmechanismen und Bruchformen. In den ersten beiden Teilen habt ihr schon einen Überblick über die Brucharten erhalten und den spröden und den duktilen Gewaltbruch kennengelernt. Jetzt werden wir den Schwingbruch erklären. Der Schwingbruch zählt zu den Zeitbrüchen. Unter Zeitbruch kannst du dir ein allmähliches Bauteilversagen vorstellen. Ein zunächst gebildeter Riss breitet sich langsam aus und führt schließlich zum Bruch. Der Schwingbruch wird auch als Ermüdungsbruch bezeichnet. Die Rissbildung und Rissausbreitung werden in der Regel in vier Phasen eingeteilt. Diese können anhand der Risslänge als Funktion der Zyklenzahl bei schwingender Belastung unterschieden werden. 1. Mikroskopisch sichtbarer Riss oder Mikroanriss. 2. Technischer Anriss 3. Stabiles Risswachstum 4. Instabile Rissausbreitung und Restgewaltbruch Dabei wächst ein Mikroanriss auch bei Spannungen unterhalb der Streckgrenze RE bzw. 0,2% Dehngrenze RP 0,2 ausgehend von Poren, Löchern, Geometrieübergängen, Kerben oder Oberflächenrauhigkeiten und persistenten Gleitbänden. Der Bruchvorgang lässt sich in vier Ermüdungsstadien unterteilen, wie wir jetzt zusammen mit den für den Schwingbruch wichtigen Gleitbändern näher erläutern wollen. Wie bereits im ersten Teil der Lehrfilmreihe erläutert, verformt sich ein Werkstoff plastisch bei erhöhter Beanspruchung. Dieser plastischen Verformung liegt immer eine Versetzungsbewegung zugrunde. Aber auch schon bei kleinen Belastungen, die eigentlich nur zur mikroskopischen elastischen Verformung führen, kann der Werkstoff bereits plastisch verformt werden. In diesem Ermüdungsstadium 1 werden Versetzungen durch die schwingende Bewegung zusätzlich gebildet und bewegen sich durch das Kristallgitter hindurch. Das gesamte Werkstoffvolumen wird mit Versetzungen gesättigt und Verformungen können lokal in Oberflächenbereichen auftreten. Der Werkstoff verfestigt sich mit jedem Beanspruchungszyklus. Bei zyklischer Belastung bewegen sich Versetzungen nicht nur innerhalb einer Gleitebene, sondern sie werden auch auf andere Gleitebenen angehoben. Sie gleiten und klettern. Außerdem können sie an der Oberfläche des Werkstoffes austreten. Daher sieht man in den oberflächennahen Körnern sogenannte Ermüdungsgleitbänder. Hier führen viele Gleitbewegungen zu Extrusionen, also zum Herausschieben von Gleitbändern bzw. zum Herausschieben von Material aus der Oberfläche heraus und Intrusionen bzw. Hineinschieben von Material in die Oberfläche hinein. Da diese Gleitbänder immer parallel zueinander angeordnet sind, spricht man auch von persistenten Gleitbändern. Das Ermüdungsstadium 2, also die Anrissphase, umfasst die Risskeimbildung und Mikrorissbildung. Aufgrund der durch die zyklische Belastung ausgelösten Versetzungsbewegungen und der Verlagerung der plastischen Verformung lokal auf randnahe Bereiche bilden sich Mikrorisse aus diesen sogenannten mikroplastischen Verformungen. Die Mikrorisse entstehen überwiegend an den Intrusionen der an der Oberfläche austretenden Gleitbänder. Sie verlaufen in der Regel in einem Winkel von unter 45 Grad zur angelegten Normalspannung und Transkristallin, also durch die Körner hindurch. Mikroskopisch kleine Anrisse wachsen bei weiterer zyklischer Belastung zu technisch relevanten Anrissen mit nachweisbarer Länge heran. Am Ende der Anrissphase breitet sich der entstandene technische Makroriss durch stabiles Risswachstum stetig aus. Im Ermüdungsstadium 3 erfolgt während der kontinuierlichen zyklischen Belastung ein definierter, stabiler Risslängenzuwachsierzyklus. Dieser wird typischerweise in Mikrometer pro Zyklus gemessen. Während des stabilen Risswachstums breitet sich der Riss für eine gewisse Zeit transkristallin aus. Solche Risse werden auch Stufe-1-Risse genannt. Anschließend wechselt er die Ausbreitungsrichtung und verläuft makroskopisch sichtbar senkrecht zur größten Hauptnormalspannung Sigma-1. Diese sind sogenannte Stufe-2-Risse. Bei jedem Zyklus der schwingenden Belastung wird der Werkstoff nun belastet und entlastet. Das heißt, der Riss wird geöffnet und wieder geschlossen. Dies führt zur Bildung von sogenannten Schwingstreifen auf den Rissflanken, die auch als Striations bezeichnet werden. Schwingstreifen geben also die Anzahl der Schwingzyklen an. Der Abstand zwischen den entstandenen Schwingstreifen variiert von 5 Nanometer bis 0,1 Mikrometer. Diese kann man unter dem Raster-Elektronen-Mikroskop auf der Bruchfläche erkennen. Stell dir eine Reißverschlusskrampe vor. Man zieht den Schieber nach unten und die Zugschleife drückt die Krampen auseinander. Die neue schräge Anordnung der oberen Krampen ähne der von den Schwingstreifen. Eine Krampe entspricht einem Schwingstreifen, das heißt einem Schwingzyklus. Diese nur mikroskopisch sichtbaren Schwingstreifen dürfen nicht mit den makroskopisch erkennbaren Rastlinien auf der Bruchfläche verwechselt werden. Rastlinien können schon mit dem bloßen Auge erkannt werden und zeigen Frequenz- oder Amplitudenänderungen während der zyklischen Belastung an. Hierzu zählen eine Erhöhung oder Verringerung der Belastungshöhe bzw. der Schwingfrequenz, als auch unregelmäßige Lastunterbrechungen wie z.B. ein Maschinenstillstand. Bei den Rastlinien auf der Bruchfläche handelt es sich um Zonen und Linien unterschiedlicher Farbtönung. Typisch für Schwingbruchflächen ist die Helligkeit aufgrund der geringen Zerklüftung. Mit zunehmendem Risswachstum kommt es in der Ermüdungsphase 4 schließlich zur instabilen Rissausbreitung und zum zumeist Sprödenbruch des Restquerschnittes, dem sogenannten Restgewaltbruch. Instabiles Risswachstum bedeutet, dass kein linearer Zusammenhang mehr zwischen Rissausbreitung und Schwingzyklenanzahl besteht. Instabiles Risswachstum kann nicht vorhergesagt werden und führt in der Regel dann zu einem sehr schnellen Versagen des Werkstoffs. Der Restgewaltbruch tritt auf, wenn die Oberspannung die Restfestigkeit des angerissenen Bauteils überschreitet. Dabei ist die Restfestigkeit eigentlich nichts anderes als eine reduzierte Bruchfestigkeit aufgrund von vorangegangener Schädigung, z.B. durch Schwingungsrisse. Zusammenfassung Brüche, die infolge einer zyklischen Belastung entstehen, werden Schwingbruch oder Ermüdungsbruch genannt. Schwingbrüche sind gekennzeichnet durch langsames Risswachstum und anschließendes Versagen. Dabei ist der Rissverlauf oft transkristallin. Typisch für Schwingbruchflächen sind ihre Helligkeit sowie Rastlinien. Am Ausgangspunkt der Risse findet man häufig Kerben oder Materialfehler wie Einschlüsse und Poren. Unter dem Raste-Elektronen-Mikroskop können außerdem Schwingstreifen, sogenannte Stoations, entdeckt werden. Rastlinien sind makroskopisch sichtbar und kennzeichnen in Schwingbruchflächen Beanspruchungsveränderungen wie Amplitudenhöhe, Frequenz und auch Maschinenstillstände. Schwingstreifen sind nur Raste-Elektronen-Mikroskopisch sichtbar und geben die Anzahl der Schwingzyklen wieder. Der Bruchvorgang lässt sich in vier Ermüdungsstadien unterteilen. Im Ermüdungsstadium 1 werden Versetzungen durch die schwingende Bewegung zusätzlich gebildet und bewegen sich durch das Gitter. Der Werkstoff verfestigt sich mit jedem Beanspruchungszyklus. Durch Abgleiden von Versetzungen auf Gleitbändern, die an der Werkstoffoberfläche austreten, lassen sich dort Extrusionen und Intrusionen dieser Gleitbänder erkennen. Im Ermüdungsstadium 2, also der Anrissphase, bilden sich Mikrorisse als Folge der Umverteilung von Versetzungen an den Extrusionen und Intrusionen der Gleitbänder, aber auch an Gitterfehlern wie Poren oder Einschlüssen. Am Ende der Anrissphase breitet sich der entstandene Makroriss in der Ermüdungsphase 3 durch stabiles Risswachstum stetig aus, auch bei Spannungen unterhalb der Streckgrenze bzw. 0,2% Dehngrenze. Stabiles Risswachstum zeichnet sich durch einen konstanten Rissfortschritt pro Zyklenanzahl aus. Mit zunehmendem Risswachstum kommt es in der Ermüdungsphase 4 schließlich zur instabilen Rissausbreitung und zum zumeist spröden Bruch des Restquerschnittes.